Schlecht. Aufräumen. Die weglegen und wieder. Irgendwann wirst du es herkriegen. Und nach dem Backen gehst du aufs Klo und dann darfst du schlafen. Das ist ja 10 Stunden Zeit, bis du wieder arbeiten musst. So. Du stehst jetzt mal auf. Mach mal Pipi. Und mal gucken, wie es diesmal wird. Ich hoffe, es wird diesmal gut. Sockerkekse. Ca. eine Stunde nach der Schule. Stopp. Bist sauber genug. Badeweide können wir jetzt erstmal nicht machen. Hier, ähm, mein Gericht im Hopp. Ja, Pipi machen. Hopp. Nein, Pipi machen. Pipi machen. Junge, raus. Komm raus. Was wollen wir machen? Und danach ab ins Bett. Oh, der Kleine ist halt nicht so kurz in der Schule krass. Hm, hm. Dann geht der noch mehr auf Logik. Also jetzt, wenn er nach Hause kommt, darf er sogar machen und auf Logik gehen. Guck mal, wie groß diese Zuckerkekse sind. Die sind einfach krass. Und jetzt ab in die Schule. Auf zu essen. Schule. Cool wäre so eine Animation, wenn er jetzt die Tasche packt und dann nach Hause losgeht. So wäre es echt cool. Komm, steh auf. Öffnen. Erstklassige Dinge. Das ist krass. Dann ein Gericht nehmen. Und essen, bitte. Weiter essen. Kannst die hier weglegen. Äh, 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 äh. Kein Fernseher. Nach der Schule gleich Fernseher. Aber gut, darf halt. Äh, äh, nicht mit mir. Äh, äh, äh. Du kannst während dem Essen Fernseher schauen. Das ist okay. Dann macht das aus. Und... Kanal anschauen. Äh, komm in die Kanal. Äh, öffnen. Was isst du denn? Gott, ist der aggressiv. Dieser Junge. Ja, duschen kannst du haben. So, Moody. Alternativ, du hörst nichts. Du gehst jetzt arbeiten. Nein, 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 nein. Also wirklich. Jeder, der hat einen persönlichen Self-Town. Achja. Ja, ja. Gut. So. Erst weiter. Oder ist kein Gummi? So. Dann... Oh Gott. Lass ich dich schnell mal die Hausfugaben machen. Hausfugaben machen. Dann schalten wir mal bitte. Sender wechseln. So. Hausaufgaben, 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 Hausaufgaben. Über noch Hausaufgaben. Ich find's erstaunlich viel zur Zeit. Die Grundschüler, beziehungsweise auch... ...zu viel Geschirr. Ach, einmal kann man's riskieren. Du kannst gleich ganz gut gut duschen gehen. Und dann kannst du... ...Zutzesaftgaben machen und dann kannst du ja... ...spaß haben. Oh. Oh. Ja, kriegst du gleich ganz viel Vergnügen. Mach schnell. So. Ja, weil er Pipi muss. Dann hör mal auf zu spielen. Geh Pipi. Was denn? Ach, nö. Ja, Mama muss kommen. Sehr schön. Dankeschön. Kein Spaß? Kriegst noch mehr. Habt ihr uns jetzt mal Kinder? Tetris! Nein, 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 nein. Ja, da, nein. Ach so, ist ganz, ganz falsch. Du bist verlieren. Tidou, Tidou. You're lost. GME, 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 GME. GME, 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 GME. GME, GME, GME. Äh, naja, pink. Alien! Alien! Okay, jetzt hast du ein bisschen Spaß. Dann hör mal bitte auch damit. Dann geh bitte Dampfduschen nehmen. Dann gehst du hier bitte öffnen. Kannst du Frühstück essen? Hier. med da ruhen. What the hell? I don't want it out of light full of. Oh. I. I. Mesa. Tanze deine Seele raus, tanze deine Seele raus. So, mal gucken, ob jemand herkommt. Komm, hallo. Immer da. Ich hätte jemanden, der gerne sich schminkt, der gerne mir einen Zuckerschädel geben will. Zuckerschädel, Zuckerschädel. Zuckerschädel, nein. Irgendeiner mit Zuckerschädel. Finde ich cool, dass sie sich mitten auf der Straße unterhalten. Gut, ähm, Mädchen holen das auf. Ähm, pff. Hier sind keine mehr, die irgendwelche Schädel verteilen. Die nicht. Ah, Sims 3 war richtig geil, wo du die ganze Welt hier so erkunden konntest. Gut. Weißt du was, Mutti? Auf zu tanzen. So. Au. Ich hab ihn halt ein kleines Ziel angehauen. So. Also. Mutti, kommst du da wieder rein? Ja, perfekt. Musst du langsam aufstehen. Gleich musst du aufstehen. Guten Morgen. Morgen, Routine. Verwenden. Zähler putzen. Alter. Kannst du euch näher kommen? Und Zähler putzen, bitte. Und. Ein mit Tust. Recht nehmen. Gut. 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 Und du. Mutti, schlaf weiter. Oh, ich muss mal ein Hetzer trichten. So. Jetzt schick mal noch die Mutti nach Hause. Äh. Zur Arbeit. Und lass uns hier noch ein bisschen aufräumen. Vielleicht finden wir jetzt hier noch einen Typ mit Zuckerschädel. Okay. Verwenden. Wie viel Uhr? 14 Uhr. Dann kannst du hier erstens weiter essen. War ja noch dein Sohn. Was ist denn? Schädeljuckt? Ja. Baby. Haha. Yes. Mir woht. Oh. Äh, dann ist was gesundes. Keine Ahnung. Ein Gericht nehmen. Und tschüss. Legs ab. Kleiner. Verspielt. So. Sehr gut, dass du verspielt bist. Aber auch so kommen. Tschüss, Molly. Na komm. Und bevor du gehst, unterhältst du dich noch. Wollt ihr irgendwie lustig vorstellen? Leider konnte es immer wieder dieselben fragen. Ich hab keine Ahnung warum. Ist leicht nervig ab und zu. Oh, so ein Grillkäse-Savage, das war echt geil. eh, ja. Ja, das war's. So, jetzt geht's los. Schlafen, 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 schlafen. Und Mutti ist da. So, jetzt bist du draußen. Mal gucken, ob wir jemanden treffen, ich hoffe. Schon wieder keiner? Willst du mich verarschen? Dann laufen wir hier hin. Wirklich? Keine? Kein einziger? Okay, und hier, schaut ihr den an. Erntet den vielleicht. Erntet den hier. Ernten. Oh Gott, das ist mich gerade erschrocken. Gibt's hier noch so Grabdinger? Na hierher, guck mal. Da ist doch eins. Pflücken. Quarz. Krass. Oh, die Sonne, das Licht von draußen stört gerade, weil es voll auf dem Bildschirm knallt. Oh. So, jetzt kann ich wieder schauen. Da, hopp, angeln. Fängst du was? Jetzt ist es weg. Hopp. Oh, da ist ein Fisch. Oh. Fischkeitsweih. Pipi. Und öffnen. Ist alles noch länger haltbar. Ja, guck mal. Noch drei Tage, noch vier Tage, noch vier Tage, noch zwei Tage, dann ist davon wieder was. So, jetzt. Na komm, wo die baldig. I don't think so. Ach so. Die Musiklärer von Sebastian sucht eine Darstelle für das Musical. Sie sucht sich eine Chance wahrnehmen. Er ist angespannt und konzentriert gleichzeitig. Oh. Aufstehen. Aufstehen. Schnell. Dusch dich. Du musst dich beschämt sein. Oh, jetzt. Oh, Junge. Nach den Tagfragen. Romantisch Anspruch machen. Komm. Dusch, Junge. Du stinkst. Dusch. Ach, diese Junge. Kanal schon. Hier. Guck mal in den Kanal. Ich glaub, wenn heute Freitag ist, kannst du das Hauskommen irgendwann anders machen. Kannst du jetzt schon die ganze Zeit das Ding haben. Ähm. Ähm. Aktion. Outfit under nine. Was will er denn hier? Er versucht sich mal zu beruhigen. Er versucht sich mal zu beruhigen. So. Hast du genug Spaß? Klack. Oh, mein Rücken. Oh, das hatten wir getan. So. Nein, Kleiner. Jetzt fühlt sich okay. Oh, jetzt ist er. Sehr schön. Nachdarfst du, damit du... Hier. Zertrum, Kind. Da ist er. Oh, mein Ohr juckt. Juck, juck, juck. Äh. Tippen üben darfst du danach. Danach, dass du hier. Danach, dass du schlafen willst. Konzentriert. Juck, 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 juck. Ja. Das ist ja natürlich irgendwie ein Knudel zu sein. Hallo Mama. Na. Tan... Musikchen. Und tanzen. 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 Tanzen für dich. Tanzen für dich. Öffnen. Und es. Das. So. Gut. Schön wär's, wenn auch so ein Relive gehen würde. Oh, mein Ohr. Tanzen. 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 Und was ist mit dir? Der Lauf! Lauf! Dann schlafen. Nee, schon wieder. Ach, okay. Das, 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 das. Äh, erspickeln. Dann verwenden. Ja. Und ich würde sagen, weil es gerade wieder der Tür klopft, wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschü, lü, lü.